What's up guys, Malte hier. Willkommen zum neuen Video, willkommen zu einem neuen Investment. Ich werde euch heute mein Becky Light Portfolio vorstellen, was sich ganz gezielt an einer bestimmten Konsumenten-Zielgruppe orientiert und so in der Vergangenheit eine extrem bemerkenswerte Überrendite erzielen konnte. Wer ist Becky? Becky ist eine junge, dynamische und selbstbewusste Frau. Sie hat blondes Haar. Ihr steht ein überdurchschnittlich hohes Einkommen zur Verfügung und wenn sie was kauft, dann achtet sie nicht wirklich auf den Preis. Also der Preis ist nur eine Nebensache und wir wollen jetzt wissen, wenn wir unser eigenes Becky Portfolio aufbauen wollen, welche Unternehmen nimmt den Becky in Anspruch, welche Produkte kauft sie. Becky geht gern bei Target Shoppen. Ihre Kleidung ist von Lululemon. Sie bestellt online, am liebsten bei Etsy. Hat natürlich immer das neueste iPhone und ihre Kosmetik kommt von Ulta Beauty. Die typische Becky macht bei Blend Fitness Sport. Sie geht gern zu Starbucks. Sie teilt sich auf Instagram und Snapchat mit. Wenn ihr mal langweilig ist, dann schaut sie natürlich Netflix oder Disney Plus. Sie macht natürlich auch sehr gerne Party und lässt sich hippe Trinks spendieren, zum Beispiel für National Beverage oder Diageo. Natürlich kann dieses Basic Becky Portfolio, was ich jetzt gerade euch vorgestellt habe, erweitert werden um internationale Titel. Also zum Beispiel um Unternehmen wie Louis Vuitton, Mohennessy, L'Oreal, Estee Lauder, Nike, Adidas. All diese hippen Marken. Kurz noch zu dieser Idee dieses Becky Portfolios. Die kommt nicht von mir. Die kommt von Autisten, von Wall Street Bets. Das ist ein Subreddit, wo Leute ihre eigenen Trades und Ideen vorstellen. Und da ist eben auch diese Idee von diesem Becky Portfolio aufgekommen. Und das wurde dann wirklich auch getrackt und geschaut, ja, kommt da eine Überrendite zustande? Weil im Grunde macht das ja auch Sinn, was ich euch gerade erzählt habe, auf so Konsumenten sich zu fokussieren, die eben nicht auf den Preis schauen und wo dann Unternehmen nicht zum Wettbewerb stehen, weil es eh gekauft wird. Also es macht an sich Sinn und deswegen stelle ich euch jetzt meine Titel vor. Fangen wir an mit dem ersten Titel, mit Facebook. Ich habe es lange vor mich hingeschoben. Facebook werde ich kaufen. Facebook verdient mit den Daten der Nutzer. Das Geschäftsmodell ist sehr umstritten. Ich finde es auch nicht gerade toll. Facebook erstellt sogar Profile von euch, wenn ihr nicht dort angemeldet seid. Und als Nutzer ist man eben das Produkt. Facebook mit WhatsApp und Instagram ist aber für viele nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. An der Stelle Money over Morals könnte man meinen. Es könnte aber auch passieren, dass Facebook seine Dienste separieren muss, die dann sogar getrennt an die Börse bringt. Das könnte profitabel sein und ich möchte da beteiligt sein. Netflix ist der nächste Titel, den ich kaufen werde. Natürlich Netflix ist sehr teuer. Das Angebot an Filmen ist auch nicht wirklich toll. Also der Dienst haut mich und wahrscheinlich die meisten von euch auch nicht sofort vom Hocker. Es gibt aber durchaus einige gute Serien, die die Nutzer binden. Und falls Netflix erfolgreich sein wird, möchte ich wenigstens mit einer Aktie teilhaben. Kommen wir zu Lululemon. Schwer auszusprechen. Was machen die eigentlich? Ja, die machen für Becky gemütliche Trainingshosen und Pyjamas. Es könnte interessant sein, einen Kleidungsspezialisten zu kaufen, der sich auf dem Gebiet ja spezialisiert hat. Es geht eigentlich in die entgegengesetzte Richtung von Nike und Adidas, die ihre Markenpräsenz nutzen, um in jedem Segment hochpreisige Ware zu verkaufen. Finde ich interessant. Dann ein Unternehmen, was jetzt noch nachträglich reingerutscht ist, war auch, ich glaube, in nur einem Becky-Portfolio, was ich im Internet gefunden habe, dabei. Das ist die Match Group. Und die Match Group vereint mehrere Dating-Plattformen wie Tinder, die Becky natürlich sehr gerne nutzt, um neue Freunde zu finden. Ihr wisst, ich habe eine Vorliebe für Plattform- Unternehmen, obwohl man Dating-Services im Grunde auch als klassische Dienstleistung sehen kann. Auf jeden Fall ein interessantes Unternehmen, das ich investieren möchte. Die Match Group ist bereits profitabel. Die Zahlen deuten auf ein bisher ungebremstes Wachstum hin. Und ich habe das Gefühl, dass die Aktie noch nicht so bekannt ist. Das bietet natürlich auch Potenzial für weitere Kursanstiege. Ja, Apple ist mein nächster Kauf. Apple habe ich schon, ist meine größte Position. Aber Becky liebt wirklich dieses iPhone. Diese einfache und schicke, smoothe Benutzeroberfläche. Außerdem liebt sie diese Datenmigration von ihrem alten auf das neueste iPhone. Ja, das ist für sie ein Kinderspiel. Das macht sie jedes Jahr. Und Apple profitiert natürlich davon, dass Becky da immer das Pro-Modell in Gold natürlich sich zulegen will. Das sieht wirklich richtig toll aus. Gut, kommen wir zu Starbucks. Starbucks schmeckt mittlerweile besser. Ich habe Starbucks das erste Mal in den USA probiert. Diesen Frozen Chocolate Chip Drink, wie auch immer der heißt. War lecker. In Deutschland habe ich es dann wieder probiert und ich war echt enttäuscht. Also im Ami-Land mischen die da irgendwas zusätzlich rein, was es in Deutschland erst mal nicht so gab. Mittlerweile macht man das scheinbar aber auch in Deutschland. Ich habe gerade vor kurzem mal wieder was geholt bei Starbucks und ich muss sagen, dieser Frozen Chocolate Chip, der hat dann doch sehr gut geschmeckt. Starbucks als klassisches Business hat hohe Mietkosten in Innenstädten. Außerdem ist das Konzept nicht überall erfolgreich und lokale Cafés stellen eine direkte Konkurrenz dar. Das, was man eigentlich ja nicht so haben möchte. Aber Becky geht natürlich zu Starbucks und nicht zu so einem No-Name-Kaffee. Ich werde hier eine kleinere Position einnehmen. Kommen wir zum nächsten Titel, den ich kaufen werde. Etsy kaufe ich, weil er eigentlich immer genannt wurde. Ich habe es erst auch nicht so wirklich verstanden, wieso jetzt die Beckys bei Etsy kaufen. Es wurde immer genannt. Also scheinbar ist Etsy genau das Richtige für Becky. Etsy habe ich auch schon im Depot. Das lief sehr gut. Durch Corona kaufen, denke ich, nicht nur Beckys bei Etsy, sondern auch ganz normale Leute. Wir steigen hier ein. Und dann habe ich jetzt noch einen Titel hinzugefügt, der in keinem Becky-Portfolio bisher vorkam, und zwar Uber. Trotzdem kann ich mir Becky in einem Uber sehr gut vorstellen. Klar, viele Beckys werden ihr eigenes Auto haben, aber was, wenn Becky mal nach einer durchzechten Party-Nacht betrunken ist? Wird sie sich in ein Taxi setzen oder eher einen Uber bestellen? Ich denke, sie wird den Uber bestellen. Und damit sind wir die Titel durchgegangen. Ich werde jetzt noch bei Dread Republic die Käufe durchziehen. Das war es mit dem Becky-Portfolio bis hierhin. So, da sind wir mal im Depot. Wir sind unterwegs Richtung Jahreshoch. Auch der Monat ist kurz davor, auf grün zu springen. Und so sieht es aktuell aus im Depot. Vieles im grünen Bereich, vieles rot. Die Corona-Gewinner, die verlieren heute so ein bisschen, weil heute die Meldung kam, ja, es gibt einen relativ erfolgreichen Impfstoff. Das ist Diversifikation, so wie man es kennt und wie man es gerne hat. Die Werte gleichen sich aus und unterm Strich steht ein Plus da. Gut, fangen wir an mit Facebook. Wir kaufen hier, ich würde mal vorschlagen, wir kaufen vier Aktien von Facebook. Das ist schon eine größere Position, kann man eingehen. Wir machen hier einfach jetzt mal einen Marktpreis, kaufen. Machen wir weiter mit Netflix. Hat heute ein bisschen getankt. Wir kaufen hier mal eine Aktie. Als nächstes kaufen wir Lululemon. Da kaufen wir jetzt mal schon unten ein. Ich denke, wir kaufen nur eine hier. So, dann kaufen wir die Match Group. Die ist jetzt stark gestiegen heute. Krass, wie die explodet. Kaufen wir zum Schluss. So, dann kaufen wir Apple. Wie viel kaufen wir hier? Wir kaufen hier zwei. Dann bleibt noch Starbucks. Hier kaufe ich nur zwei. Gekauft. Etsy, elf Prozent. Damn. Kaufen wir. Wie viel kaufen wir von Etsy? Ich glaube, ich kaufe nur eine. Das wäre aber ein. Ne, wir kaufen zwei. Uber möchte ich groß investieren. 15 Stück. Ja, ist okay. Uber. Bam. Und jetzt noch die Match Group. Schade, dass die jetzt so teuer ist. Drei Stück. 120. Das ist mir so teuer. Ach, egal. Da würde ich dann vielleicht nochmal nachkaufen, aber da würde ich kein Video zu machen. Ja, kaufen wir mal. Oh, sind wir dann noch für 19,50 Euro reingekommen? Nice. Immerhin 1,50 Euro gespart. So, das war es. Wir haben jetzt kräftig investiert. Nicht investiert. Ja, 1600. Also, wir haben jetzt schon ordentlich investiert. Das ist unser Portfolio. So schaut es aus. Und das war es von mir mit diesem echt großen Investment. Wir haben jetzt ein Becky Light Portfolio hier aufgestellt. Und sagt mir, was ihr von der Idee haltet. Ich finde an sich den Ansatz sehr vielversprechend von Becky zu profitieren. Oh, jetzt geht es down. Okay, das war es von mir. Peace out. Multi.